Autodrom, Most, Streckenerklärung, Part Nummer 2. Wer Part Nummer 1 noch nicht gesehen hat, bitte, unten in der Beschreibung, habe ich es verlinkt, schaut es euch erst Part Nummer 1 an, bevor ihr euch Part Nummer 2 anschaut. Macht natürlich Sinn für alle, die Part Nummer 1 schon gesehen haben, wir steigen direkt ein in Part Nummero 2. Wir haben gearbeitet, wenn ich mich nicht irre, bis zur Spitzkehre. Das war quasi diese Kurve hier. Also diese Kurve, Spitzkehre, Most, hinterster Punkt der Rennstrecke, somit auch langsamster Punkt durchaus. Und ja, eine Schlüsselstelle, wo wir bis zum Eingang schon gesprochen haben und heute reden wir mal um den Ausgang. Wir haben jetzt natürlich wieder die Insta360 Kamera, die ihr so habt, ja, da kann man darüber streiten, aber zu Schulungszwecken ist es perfekt, weil ich kann hier sogar den Boden anschauen. Ich kann den Himmel anschauen, ich kann mich, meinen Körper, ich kann die Linie, ich kann die Bremse, das Gas, ich sehe alles. Und das ist halt natürlich schon cool für Schulungszwecke. Okay, steigen wir direkt ein. Spitzkehre, ganz, 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 ganz wichtig. Ups, das war zu weit. Sorry, ich fahre zu schnell. Wir bleiben innen bis zum Ende des Körbs, also wo der Körb zusammenläuft auf dieses komische weiß-grüne Dreieck. Bis dahin bleiben wir innen. Das kostet viel Überwindung, weil man immer denkt, ich will raus, ich will raus, ich will Gas. Das ist so kontraproduktiv, weil du dann zu früh weggehst und dann der Ausgang zu einen hohen Radius hat und du kannst nicht richtig beschleunigen und das kostet dich so viel Zeit auf die nächsten Meter. Deswegen Zeit investieren, innen bleiben. Wenn du wegfahren willst, zählst du 21 und dann erst fährst du weg. Und wenn du dann erst wegfährst, dann kannst du zwar später Gas geben, aber wenn du dann Gas gibst, dann gibst du halt richtig Gas. Und nicht nur so, na, 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 sondern richtig. Und das ist hier entscheidend, wirklich spät, lange innebleiben und dann musst du rauskatapultieren. Ich fahre hier im zweiten Gang, Short Shift bis in 4. Wir schauen es uns mal anhand der Linie an. Linie geht bis außen zum äußeren Körb. Wichtig ist auch hier, dass wir schön rechts neben dem Mopad sitzen bleiben, obwohl ich das mit dem Kopf so nicht so ganz mache. Ich bin schon wieder ein bisschen in der Kanzel drin, aber noch viel wichtiger ist, dass du mit deinem Hintern aus dem Sattel gehst. Du darfst hier nicht sitzen, also nicht richtig drin hocken, sondern du musst wirklich schauen, dass du aus dem Sattel kommst und die Lenker locker lässt und wirklich die Last auf den Rasten hast. Umso mehr Last du auf den Rasten hast, desto weniger muss dein Motorrad hier arbeiten, speziell beim Shiften. Du bist in so einer leichten Halbschräglage, bist nicht ganz aufrecht, bist so ungefähr und da ist eine gewisse Compression im Motorrad. Und wenn du schaltest, dann ist das jetzt mal eine Zugunterbrechung, die dir eine Unruhe, eine diverse Gripabriss in den Hinterreifen reinbringt. Und das kannst du mit dem Fahrwerk auch nicht kompensieren, denn wenn du mit dem Fahrwerk hier anfängst, dagegen zu arbeiten, dann hast du das Problem, dass du anderswo wieder neue Probleme kriegst. Also versuch hier fahrerisch gut zu sein, geh aus den Rasten, geh mit dem Arsch hoch, lass das Motorrad unter dir arbeiten und dreh den Schieber um. Lass ihn auch umgedreht. Das geht auch mit der Tausender. Und ich mache hier einen Short Shift 2, 3, 4, also von 2 auf 3 auf 4. Warum? Weil wir auch in dieser minimalen Schräglage bleiben, somit der Reifen hat einen gewissen Abrollumfang. In der Mitte hat er mehr, außen hat er weniger, somit die Drehzahl ist höher, weil der Abrollumfang geringer ist. Und somit kann man auch hier durchshiften, somit auch einen Short Shift. Wichtig ist jetzt hier, wenn man hier außen ist, das muss der Blick über diesen nachfolgenden Rechtsknick, der hier ist, man sieht das im Regel kein besser als auf der Kamera logischerweise, da muss man so wirklich drüber hinweg schauen, weil der Rechtsknick ist so ein bisschen so ein Invest für die darauffolgende Linksbergab, die so richtig, richtig, richtig schnell ist. So, und den muss ich spät treffen, dann muss ich quasi am Ende des Curbs und diesem Rechtsknick, muss ich eigentlich so rechts, so weit rechts wie nur möglich sein, damit ich jetzt auf die Linksbergab, so weit von außen wie möglich komme. Wenn der Ausgang von der Spitzkerre nicht passt, dann stehst du hier an der falschen Position, somit du bist nicht da ganz rechts, sondern du bist vielleicht mittig oder gar noch weiter links und dann musst du quasi von innen auf diese schnelle Links und das ist eher fatal. Also versuch da wirklich den Rattenschwanz nicht ins Positive, ins Negative zu erzeugen, sondern ins Positive. So, und hier, das geht alles unter Vollgas. Theoretisch dieses Umlegen von rechts, rechts bleiben, rechts ranfahren, auf links, das geht alles unter Vollgas. Vierter Gang, Schiebe 100% offen und jetzt kommt der Lenkimpuls und das Körperumsetzen von rechts nach links, das muss gleichzeitig kommen. Das darf nicht, ja jetzt setze ich mich mal um und dann gebe ich mal so ein bisschen Lenkimpuls, weil dann wirst du, dann wird das Timing auf diese schnelle Links, auf diesen, diesen Curb hier, das wird nicht passen. Das wirst du verfehlen, du wirst zwei Zehntel Sekunden zu spät nach links einlenken und dann triffst du den Scheitel nicht mehr. Das heißt, das Timing hier bei diesem Umlegen von rechts nach links, das muss, bam, das muss richtig krass schnell gehen, das muss so konsequent sein, wie nur möglich und das geht nur, wenn du beide Werkzeuge des Lenkens gleichzeitig nutzt. Also Körpergewichtsverlagerung von der einen Fußrasse auf die andere und währenddessen den Lenkimpuls und nicht nur hier ein bisschen drücken oder hier ein bisschen ziehen, sondern das muss, bam, also da musst du drücken und ziehen gleichzeitig, sonst wirst du das Motorrad unter Vollgas nie überzeugen können, dass wir hier jetzt unter Vollgas hier rüberfahren. Also das Motorrad braucht hier wirklich Bedienung, straffe Hand und dann geht es. Schauen wir uns nochmal kurz an, wie schnell man hier von rechts nach links umlegen kann. Bam und dann triffst du diesen Scheitel, den wir jetzt offensichtlich treffen werden. Wichtig ist hierbei aber auch wieder, weil die Strecke so schmal ist. Ich glaube, das haben wir in Part 1 schon gesagt, haben wir schon ausführlich darüber gesprochen, mit der Blickführung weit vorausschauen. Jetzt ist man auch wieder geneigt dazu, dass man diesen Scheitel vor sich anvisiert und denkt sich so, alter Fack, ist das schnell so, uah, 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 uah. Und genau dann passiert folgendes, du machst hier zu weit zu. Ich würde nie behaupten, dass ich unter Vollgas durchfahre. Es gibt Fahrer, die sagen, sie fahren unter Vollgas durch, ich glaube es nicht ganz. Mein Data Recording sagt, nein, ich lupfe Richtung nicht zu, aber ich drehe vom Vollgas Richtung 20-25% kurz und sobald ich in Richtung der Körb kommt, ziehe ich wieder durch. Es fühlt sich so an, als wenn du draufstehen lassen würdest, aber das kostet, puh, cojones. Von dem her, aber der Blick darf hier wieder mal nicht auf diesen Scheitel gerichtet sein, also der Fokus, ne, Fokus, Autofokus, Fokus, Infokus, sondern der muss schon wieder hier unten, ganz unten im Keller, also auf die rechts schon wieder linsen, so weit wie möglich in den Fokus setzen und das, was der Scheitel jetzt vor dir sagt, der muss komplett Autofokus sein. Du musst ihn zwar sehen, du musst sagen können, ja, ich treffe ihn jetzt und wenn ein Hase drüber rennt, dann sehe ich den auch. Ich weiß zwar nicht, ob der Hase vielleicht braun oder dunkelbraun ist, aber ich weiß, da ist was. Und das ist jetzt wichtig zu erkennen und da eben nicht drauf hin fokussieren, sondern weit voraus und dann lässt du auch mehr stehen. So, und hier ist auch wieder wichtig, maximal bis zur Mitte. Und ihr habt ja gesehen, das war vielleicht nicht einmal die Mitte, weil hier ist wieder ein schnelles Umlegen von links auf rechts und das auf der Bremse. Weil wir hier auf der Bremse jetzt, ich bin schon auf der Bremse, ich versuche mal nochmal zurückzuspulen. Also wir sind, jetzt sind wir noch, jetzt sind wir noch am Gas geben, ne, noch nie Gas geben, das ist noch, ja, das ist jetzt noch Vollgas quasi und jetzt gehe ich auf die Bremse, da bin ich noch leicht in Linksstrecklage. So, und jetzt muss ich das Motorrad unter relativ starker Bremsung hier, so, ordentlich, muss ich jetzt rüber gehen. Das heißt, ich muss jetzt zum einen hier ziehen, hier drücken und rüber setzen. Die Werkzeuge müssen wieder gleichzeitig kommen, weil das Motorrad natürlich auf der Bremse das komplette Gewicht am Vorderrad lastet. Jetzt nicht unbedingt das Bike ist, was sagt, ja, wir turnen jetzt mal so, wie du gerade lustig bist, sondern das ist schon eher in dem Linkstrahl, wo wir hier runterkommen, wo das Bike gerne da weitergehen möchte. Und da musst du schon sehr energisch, kostet auch viel Kraft in den Händen, da ist schon, es gibt ja so manche, die sagen, Lenk des Motorrad nur mit dem Fuß raus und ohne Hände, das will ich an der Position gerne sehen, wie viel Kraft tatsächlich auf den Lenker bei denen ankommt, weil ich habe das Gefühl, ich verbiege die Lenkerstummel hier. Ich glaube, Petrucci hat mal den Lenkerstummel verbogen, im Sachsenring. Dann haben sie verdickert, er verbaut, irgendwas war da. So, und dann musst du jetzt umsetzen auf der Bremse und das muss auch natürlich vom Timing passen, weil du einfach so schnell bist. Und das ist eine Kurve, wo ich mich immer so, ich komme mir so schnell davor. Warum? Weil du siehst halt einfach nur den Wald. Du siehst halt einfach nur den scheiß Wald da hinten. Alter, ich will nicht in den Wald fahren. Und dann sind dann irgendwie Alarmklocken hier oben, die sagen, Alter, wir fahren nicht in den Wald. Nein, der Wald ist schlecht, der Wald ist schlecht, ganz schlecht. Und deswegen ist das jetzt mal so eine Überwindung. Ich bin hier noch nie geradeaus gefahren, toi, toi, toi. Ich bin noch nie hier gestürzt, toi, toi, toi. Aber ich denke mir jedes Mal so am Eingang, und jetzt ist es eben so wichtig, weil du die Strecke nicht siehst. Die geht nach rechts oben weg und du siehst nichts mehr. Und alles ist nah da und das ist so ein Brain Fuck. Das ist einfach so schnell. Und deswegen ist es wichtig, dass du diesen Scheitel hier, den nächsten, den Körb, den darfst du nicht angucken. So, der ist jetzt unmittelbar vor uns und wir schauen, wo ich hinschaue. Nein, ich schaue nach oben. Also ich versuche eigentlich nach hier oben, also so Richtung Matadorbogen. Ich glaube, das heißt anders, aber jeder sagt Matador. Hier oben Richtung diesem roten Dingens hier. Also weg, weg, weg zu schauen. Nicht vor das Vorderrad. Wenn du hier auf den Körb schaust, Alter, das sieht so schnell aus, da lass du automatisch die Bremse stehen, 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 stehen. Und hier versuche ich auch schon wieder vor dem Scheitel. Also wir sind ja jetzt unmittelbar vor dem Scheitel. Und ich habe die Bremse tatsächlich schon ausgelassen. Wir sehen. Und zwar lasse ich die Bremse hier aus. Und wenn ich die Bremse auslasse, gehe ich sofort ans Stützgas. Das heißt, ich versuche so ein bisschen, so sagen wir mal so ab dem Körb. Ich versuche ab dem Körb schon wieder am Stützgas zu sein und nicht die Kurve tot zu bremsen in den Scheitel hinein. Weil durch das, dass das dann auf einmal bergauf geht, kostet das relativ viel Schwung, ohne es zu merken. Weil es geht doch relativ stark bergauf, innerhalb von kürzester Zeit, erst bergab und dann kommt die Compression, dann geht es bergauf. Und wenn du da dann einfach zu lang auf der Bremse leistest, dann bleibt das Moped förmlich stehen. Und dann musst du das alles wieder beschleunigen, was somit Geschwindigkeit kostet und auf Kosten des Grips geht. Weil umso schneller du durchfährst durch die Kurve, desto weniger Hard musst du beschleunigen, desto weniger Grip benötigst du am Hinterrad. Wenn du das Motorrad 8-10 kmh langsam am Scheitel hast, musst du diese 8-10 kmh wieder dazu beschleunigen. Das heißt, du musst stärker Gas geben und dementsprechend hast du eher einen Grip-Abriss am Hinterrad. Das ging mir in der Vergangenheit oft so, wir haben mal Daten mit Canepa übereinandergelegt und ich habe gesehen, der hat irgendwie 10 kmh mehr Kurvenspeed und beschleunigt viel später. Also ich sage, ich beschleunige mehr als der Canepa. Naja, aber er hat gar nicht so stark beschleunigen müssen, weil er so viel mehr Schwung transferiert hat. Und das versuche ich seitdem umzusetzen. Manchmal klappt es. Aber bestimmt nicht so schnell wie Canepa. Ganz klarer Fall. Also versuche ich natürlich, also Blick nach vorne, Blick bergauf und anstützgeiß und ziehen, 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 hochrichten und raus. Und hier kannst du auch bis zu dem Körper rausfahren, weil du brauchst hier nach rechts, es geht zwar jetzt eine Linkskurve, dieser Linksknick, aber du brauchst hier nicht bis rechts rüberfahren. Sehe ich immer wieder ganz häufig, dass viele bis ganz rechts rüberfahren und das sind einfach unnötige Meter. Die brauchst du nicht, weil der Linksknick vor uns, der ist vom Radius her so schwach, da brauchst du nicht von außen kommen. Der geht theoretisch Vollgas, ohne jegliche Lupfen. Also der geht wirklich Vollgas. Hier ist aber auch wieder wichtig, dass ich natürlich unter Vollgas das Motorrad von Rechtsschräglage so ein bisschen in die Mitte rüber und dann nach links rüber. Das heißt, es muss wieder der Lenkimpuls, ziehen, drücken, Körper, gleichzeitig, in einem Moment, bam, das Motorrad sagt, okay, alter Vollgas, Vollgas fahren wir eigentlich nur gerade aus. Was willst du von mir? Also muss man das Motorrad überzeugen, dass wir jetzt von rechts nach links wechseln. Und das ist viel Technik. Das ist in dem Moment, und das ist das Schöne daran, das ist nie gefährlich an dieser Stelle. Also an dieser Stelle habe ich auch noch nie jemanden stürzen sehen, zweitens war ich selber noch nie in der Situation, hier zu stürzen oder irgendwie kurz davor, dieses Umlegen von rechts nach links. Aber ich sehe aus technischen Mangels, also aus fahrtechnischen Mangels, ganz viele, die hier das Glas wieder zumachen, damit sie irgendwie schaffen, das Motorrad nach links rüber zu legen. Das ist verschwendete Zeit, verschwendete Rundenzeit, weil das geht unter Voll. Das ist bei mir in dem Fall, ich glaube, dritter oder vierter Gang. Bin mir gar nicht ganz sicher. Ich glaube, vierter. Ich schalte vorher, also nach der rechts raus, schalte ich schon früher im vierten. So, und hier haben wir jetzt, also hier müssen wir schauen, dass wir natürlich auf den Matadorbogen von links kommen. Deswegen würde ich sagen, vor dem Linksknick mittig fahren und dann rüber, und dann reicht es eigentlich relativ gut. So, und da habe ich wieder die gleiche Situation wie beim Bremsen auf die davor folgende rechts. Ich muss vom Linkstraal gehen, die Bremse, wie jetzt bin ich schon, und muss mich jetzt von links nach rechts umsetzen. Zack, seht ihr? So, und damit ich hier beim Bremsen nicht auch noch an den Armen alles, da ist eh schon viel Gewalt drauf, logischerweise, also das geht nicht anders, aber ihr seht so mein Knie, achtet mal auf das rechte Knie. Das rechte Knie bleibt permanent am Tank, auch beim Umsetzen. Das heißt, ich presse die Knie zusammen, bis hierher, bis jetzt, wo ich es aufmache, und setze mich quasi um, währenddessen ich beide Knie am Tank habe. Das heißt, die Knie klemmen am Tank und ich setze mich so um, damit ich natürlich die Kraft auf den Armen spare. Es bleibt nach wie vor Kraft auf den Armen, aber ich kann, wenn ich die Knie hier vom Tank wegnehme, dann falle ich nach vorn runter und dann, oder dann hast du halt eine und da siehst du ganz viele, die dann oben runterschalten auch noch und scheiße und umsetzen. Und tendenziell kommt dann das Umsetzen relativ spät, kurz vor dem Scheitelpunkt in den Matadorbogen. Und wenn du dann natürlich schon bei relativ hoher Schräglage erst anfängst, dich umzusetzen, dann kommt eine gewisse zusätzliche Eigendynamik ins Motorrad, dir dann auch gerne mal so ein und dann sollst du den Scheiteln das ist natürlich nicht optimal. So, hier ist natürlich ordentlich Bremsen angesagt. Hier kommen wir auch von außen. So, und dann ist so das Ziel hier ziemlich in der Mitte der Kurve quasi innen zu sein. Hier sind wir dann, genau, mit dem Oberkörper in der Regel über dem Körb. Ja, genau, ziehen wir noch ein bisschen weiter rein. Da sind wir dann über dem Körper, genau. Und hier ist auch wieder wichtig, relativ früh dann die Bremse loszulassen. Jetzt wird euch gleich schwindelig, mir auch. Die Bremse lassen wir los und zwar, ja, hier. Hier lassen wir die Bremse los, da ist das Knie schon am Boden, da lasse ich die Bremse dann los und öffne eigentlich das Stützgeist relativ sofort, um auch die Gabel zu entlasten, Vorderrad zu entlasten. Das sind Wellen. Jeder kennt die Stelle. Oder kannst du am Fahrwerk eigentlich machen, was du willst, wenn du auf der richtigen Linie sein willst, sind da Wellen. Deswegen ist es wichtig, viel Last vom Motorrad runterzunehmen und auf den Boden zu legen. Deswegen arbeite ich hier ganz bewusst wirklich mit der Kraft des Knies am Boden. Das heißt, ich lege ganz bewusst das Knie am Boden ab und lege meinen Körper auf das Knie. Umso mehr Gewicht ich da drauflege, desto weniger Gewicht habe ich auf dem Moped. Klar, logischerweise, weil ich lege einen gewissen Prozentsatz, mich würde mal interessieren, wie viel das als ein Gewicht wäre, auf meinem Knieschleifer ab. Das qualmelt zwar dann für den Hintermann ordentlich, aber ich entlastet somit das Motorrad, umso mehr Druck ich natürlich habe auf dem Vorderrad. Wenn ich merke, ich bin richtig gut dran und ich habe viel Pressure am Vorderrad, allein durch den Kurveneingangsspeed, weil nur durch die Schräglage baut, dann gibt es Druck auf, unabhängig von der Bremse. Und dann merke ich hin und wieder schon, wenn es am Richtung Limit geht, dann fängt das Vorderrad auch schon mal so an, so bam, bam, bam. Und viele schnelle Fahrer kennen das an der Stelle, weil die so bam, 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 wo du denkst, so ah, 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 und Luft anhalten. Und da ist wichtig, Gewicht runter vom Motorrad. Weg, 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 weg. Und natürlich in die Kurve reinbringen, in den Kurvenradius reinbringen, Motorrad so aufrecht wie möglich und das Gewicht, ich lege das Gewicht wirklich ganz bewusst am Knie ab. Ich brauche verdammt viele Knieschleifer, tatsächlich. Aber das ist so eins meiner Geheimnisse, würde ich jetzt mal sagen. Macht das ganz, ganz demonstrativ. So, dann bleiben wir hier am Körb und dann gehen wir natürlich gleich wieder ans Gas und hier ist ein ordentlicher Gasstoß nochmal möglich. Wir hören uns das mal kurz an. Genau, also hier kann man nochmal ordentlich, also erst von rechts, und das wieder unter Zug umlegen von rechts nach links. Also das ist wieder typische Most, und umlegen von rechts nach links, unter Zug. So, das Ganze geht natürlich wieder im besten Falle, Knieschluss, Knieschluss, auch mal auf die Knie, sofortiger Knieschluss außen. So, und dann mache ich das Gas wieder zu und dann sucht ihr eine Finger so den Bremshebel, der auch, man sieht es, minimal so ein bisschen eine Führung durch Gewicht aufs Vorderrad, die Führung sucht. Also ich wechsle da zwischen zwei Brems, zwei Finger Bremstechnik, wenn ich härter bremse, und ein Finger Bremstechnik, wenn ich nicht so viel Grund habe, zu bremsen, aber so, ha, so ein bisschen, so ein bisschen, also da lege ich den Finger so ein bisschen an und lasse jetzt auch gleich wieder aus und gehe sofort wieder ans Stützgas. Und dann kommen wir hier innen rein und dann ist auch wichtig, am Anfang, beim Eingang kann ich nur so ein Meter Platz lassen zum Körper, aber dann muss ich reinziehen, weil die nächste rechts, die ist halt, da ist sie, die ist relativ eng, die ist noch schmaler gefühlt und dann muss ich wirklich jeden Millimeter von links aus nutzen, um quasi schnell umzulegen. Und das mache ich wiederum über Gas, also ich ziehe wirklich aus der links nochmal und gehe dann rein, aber ich hole wirklich, als wenn ich so ein Sattelauflieger hinten dran hätte, hole ich wirklich nochmal aus und hier ist auch wieder natürlich dann das Umsetzen gefragt, und das Ganze allerdings dann ohne Bremse, ohne alles. So, da lasse ich dann einfach nur reinrollen, weil die nächste Kurve, die ist dann auch wieder sehr wichtig, damit wir einen Schwung mitnehmen, alles was ich hier in die Rechtskurve schneller hinein beschleunige, desto weniger hart muss ich bremsen. Schauen wir uns nochmal kurz die Linie an, von der rechts auf die links vom Matadorbogen raus, da haben wir jetzt noch ein paar mehr Details gesagt und weniger den Fokus auf die Linie geachtet und das können wir jetzt auch nochmal machen, okay, das ist mir ein bisschen zu langsam hier, Alter, komm mal, komm, 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 ah ja, jetzt aber, okay, Matador, wir sind rechts innen drin, okay? So, und das ist jetzt eine fragwürdige Stelle, wo der eine oder andere sagen wird, Alter, du musst dir mehr ausholen. Das mehr ausholen nach rechts kostet mehr Meter und das mehr ausholen nach rechts macht den Nachteil, dass ich aus der rechts nicht so hart beschleunigen kann, weil ich länger in Rechtsschräglage bin. Wenn ich aber mehr den direkten Weg auf die links suche, dann kann ich länger und so nicht ganz innen, aber auch nicht außen, aber so mittig. Ich suche mir quasi so die Gerade in die nächste Kurve rein, überschieße sie minimal und komme dann eben rein. Und jetzt bin ich erst schon innen, jetzt gehe ich manchmal auch noch ein bisschen weiter weg und mache nochmal so ein gleich, gehe so leicht weg und komme nochmal so ran, also so ein kleines U. Je nachdem, wie viel Speed, dass ich rein transferiere. Wenn ich ein bisschen schneller reinkomme, dann mache ich das U auch mal größer. Dann habe ich, oder V, ich sage immer gern V-Kurve, V steht ja, weil es für V ausschaut. V könnte aber auch stehen für Variabler Punkt. Warum Variabel? Wenn ich schneller reinkomme, nutze ich den Platz nach außen zu überschießen und komme wieder rein. Wenn ich langsam reinkomme oder genau passend, und warum soll ich dann auch noch den längeren Weg fahren, wenn ich mit der Geschwindigkeit den Kurvenradius eh fahren kann? Weil wir haben drei physikalische Faktoren. Geschwindigkeit, Schräglauge, Radius. That's it. Die können wir nicht voneinander lösen. Das ist die Physik, die ist nicht zu ändern. Aber wenn ich natürlich zu schnell reinkomme, dann überschieße ich so ein bisschen und denke mir so, ha, 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 hu, 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 jetzt wieder zurück. Und wenn ich passend reinkomme, denke mir, okay, warum soll ich noch den mehreren Weg fahren? Das ist so ein bisschen so ein Trade-off, was man einfach immer wieder für sich da oben so ein bisschen treffen muss und wo man sich auch klar sein muss. Aber was ich einfach damit nochmal sagen will oder speziell darauf hinweisen soll, weil holt von diesem Matador-Bogen auf die Links nicht zu sehr mit dem Kaugubi aus. Das sind so viele Meter und ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute, dass ich da einfach schon so nebenhin reingefahren bin, die haben mich noch nicht mal in der Rundenzeit irritiert, weil die fahren so weit raus und holen so weit auf die Links aus, ich muss quasi von der Linie gar nicht runter und fahre trotzdem perfekte Rundenzeit für meinen Level, obwohl ich einen überholt habe. Ja, so weit, so gut. So, ich würde sagen, wir haben jetzt Part 2 durch, das waren jetzt 21 oder 21 Minuten, irgendwie sowas in der Richtung. Das wären doch drei Parts. Es gibt halt einfach viel zu sagen und ich kann euch nur eins sagen, das ist nur ein Bruchteil von dem, was ich weiß, weil ich bringe das in kein Video rein, was ich da alles zu sagen hätte. Da gibt es so viel mehr Details. Da frage ich mich auch, kann das auch überhaupt jemand aufnehmen oder denken sich vielleicht manche, Alter, der Meinl hat sowieso einen voll an der Meise. Also lasse ich es vielleicht, ich halte mich da ein bisschen im Rahmen. Part 2 soweit, Part 3 geht es dann von da weiter bis natürlich Startziel. Schreibt es gerne in die Kommentare, ob das hilfreich war und ob ihr das vielleicht noch vor mehreren Rennstrecken haben wollt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr es nicht gemacht habt, gebt es dem Video einen Daumen nach oben, teilt es mit euren Freunden für mehr Reichweite für mich. Vielen Dank für das. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Alter, wie kann man nur 20 Minuten am Stück so reden? Es hat zweimal das Telefon geklingelt. Was ist los mit euch?